Spätestens seit dem Mega-Erfolg des Super Mario Bros-Films ist Super Mario in aller Munde. Nicht weniger heiß erwartet ist das neue Spiel für die Nintendo Switch Super Mario Bros. Wonder. Und wieder ist Nintendo ein Hit gelungen. Das neue 2D-Jump-and-Run-Abenteuer des beliebten Klempner wirkt endlich wie ein brandneues Mario-Game und nicht wie von Nintendo in letzter Zeit gewohnt lediglich ein Makeover eines älteren Titels. Super Mario Bros. Wonder strahlt vor Freude, mit lebendigen Farben, überzeugender Animation und unvorhersehbaren Wunderwirkungen in den Levels. Das Blumenkönigreich, die neue Umgebung, ist erfrischend und bietet eine Fülle neuer Feinde und Herausforderungen. Wie immer ist die Story dünn, aber die Vielfalt der zwölf spielbaren Charaktere und acht kunterbunten Welten macht das mehr als Wett. Absolutes Highlight sind die neuen Wunderblumen, von denen es zwei pro Level zu finden gibt. Die Wunderblumeneffekte verwandeln die Levels spontan in völlig neuartige, überraschende Spielerlebnisse, sodass man süchtig wird nach der Suche nach neuen Blumen und gespannt, was diesmal passiert. Weiteres Mega-Highlight sind die neuen Mario-Verwandlungen Elephant Mario, War Mario und Blasen Mario. Zudem gibt es in jedem Level drei große lila Wunderblumenmünzen zu finden, mit denen man innovative Abzeichen freischalten kann. Mit diesen Abzeichen kann man neue Fähigkeiten freischalten und kann so jedes Level ganz neu erleben und neue Areale erkunden. Der Multiplayer, sowohl lokal als auch online, ist nahtlos integriert und macht Spaß. Super Mario Wonder ist wirklich ein kleines Wunder. Und obwohl es letztlich die Marke des Mario-3D-Spitzentitels Super Mario Odyssey nicht ganz knacken kann, setzt das Spiel einen neuen Standard für 2D-Mario-Plattform-Spiele. Das Spiel ist besonders für Einsteiger geeignet mit Yoshi und Mopsi stehen besonders einfache Charaktere zur Verfügung. Für erfahrene Mario-Spieler ist der Schwierigkeitsgrad teilweise etwas zu leicht, aber das lässt sich verkraften, insbesondere wenn man im Multiplayer mit weniger erfahrenen Spielern zusammen eine gute Zeit haben will. Zusammenfassen lässt sich sagen, dass man an Super Mario Wonder auf der Switch auf keinen Fall vorbeikommt, neben der Nintendo-typischen hervorragenden visuellen Präsentation, überzeugt das Spiel mit überraschenden Wendungen und reichlich Kreativität sowie mit gewohnt guter Steuerung, Suchtfaktor und Wiederspielwert und stellt endlich ein echtes neues Nintendo Super Mario Bros. dar. Super Mario Bros. Wonder ist ein Muss für alle Mario-Fans und setzt einen neuen Standard für 2D-Plattform-Spiele.